Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP. Ja, ich wollte heute dem Beleuchtungsproblem an der Lagerhalle auf den Grund gehen und was mir gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme vor zwei Minuten aufgefallen ist, sind hier, wie man hier sieht, diese Auflieger. Auch die hier, wenn man ein bisschen auf die Beleuchtung achtet, die sollte eigentlich ja aus sein, weil wo werden die gerade mit Strom versorgt? Hier brennt zum Beispiel die Rückleuchten und auch die Rückfahrlampen sind noch an. Hier das Gleiche, ich den jetzt ein Stück nach vorne bewege, ein Stück nach vorne. Vorführeffekt oder was? Oder ist die Straße zu kurz? Ne, jetzt geht's. Man sieht, dass hier auch teilweise die Beleuchtung auf einmal angeht. Ich glaube, bei denen konnte man auch das... Ne, oder? Plattenklappen rechts, links und die Stützen konnte man ausfahren. Gibt nämlich auch welche, da konnte man das Kennzeichen wechseln. Also es sind Auflieger und Wechselbrückenfahrzeuge, glaube. Bei denen konnte man das Kennzeichen wechseln. So, und dann würde ich ja halt, wie in der letzten Folge ja schon angesprochen, hier dem Beleuchtungsproblem auf den Grund gehen, weil im direkten Vergleich, hier die Teile hier sind, hoppala, angeleuchtet. Kann man daran erkennen, die sind ja halt einzelne Segmente. Na, falls man mal eine Winteranlage bauen will. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Winteranlage für Weihnachten bauen würde, wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich jetzt somit beginnen, weil wir haben gerade den 15. August. Und da würde ich jetzt beginnen, damit ich dann wahrscheinlich dann gegen Weihnachten fertig sein würde. So. Gut. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wo jetzt diese Leuchtelemente enthalten sind. Deswegen lasse ich jetzt mal suchen. Seit. Was ist denn im letzten Monat dazugekommen? Ah, ja. Klar, 14.07. Das ist ein neues Free-Modell, was jetzt dazugekommen ist. Gibt es in der Anlagenmeisterei. Werde ich mal unten verlinken. Das sind Großraumwagen gewesen. Für großvolumige Frachten. In dem Fall der Hersteller, die Firma, die da drauf angegeben ist, das ist ein Hersteller für Isoliermaterial. Und ja, es ist halt sehr leichtes Material, welches aber relativ großvolumig ist. Und dafür wurden halt solche Güterwagen gebaut. Haben aber einen entscheidenden Nachteil gehabt. Die sollen wohl immer mal wieder ein Gleis sein, weil die wohl zu steif, äh, zu große Steifigkeit hatten. Genaueres kann man halt auch nachlesen. Ja, die Touristik. 103. Ja, 110er. Das ist halt eher was für Bundesbahn. Heros. Jemals niederländische Staatsbahn. Lokomor. Soll wohl bald wieder fahren, weil die Firma wohl jetzt von einer tschechischen Bahn gesellschaft übernommen wurde. Und hat noch ein paar Wagen von der niederländischen Staatsbahn. Niederlandsges Borrwege. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, man möge es mir bitte verzeihen. So, und das hier sind diese Beleuchtungselemente. Sind installiert nach Gleisobjekte. Andere, andere. Warum? Ach hier, im Straßeneditor. Zu finden. Gut. Also das ist jetzt halt nur für, für die Seiten. Das hier ist jetzt auch für das Dach mit gewesen. Für zwölf Meter und für acht Meter. Wir haben hier die ist zwölf Meter und ja noch nichts gemacht. Trotzdem gehe ich auf Nummer sicher. Und lege mir nochmal eine neue Sicherung an. Mittlerweile bin ich auch schon an dem Punkt, wo ich dann EEP mittels dem Task Manager schließe. Es ist eine Methode, die hatte ich mal früher angewendet. Mittlerweile hat sich das dann ein bisschen wieder runtergefahren. Jetzt versuche ich das wieder verstärkt. Genauso mache ich es jetzt wie hier mit diesen Ordnerstrukturen. Damit ich halt nicht so ein Chaos wie in meinem Anlagenordner habe. Wie wenn man jetzt hier mal so durchschaut. Dann ist hier irgendwelche Anlagen, die ich vor Jahren gebaut habe. Verschiedenste Bahnhöfe. Hier die eine Anlage, die mehr als 20 Minuten gebraucht hat. Hier ist alles so durcheinander gehauen. Mittlerweile habe ich mir halt angewöhnt, eine Ordnerstruktur jetzt anzulegen. Für jede Anlage einzeln. So und hier ist es mit dem Licht. Nehmen wir einfach mal den Teil hier. Die sind etwas größer gebaut als die anderen und mir fällt auch auf, die fallen auch tatsächlich gerade ein bisschen durch das Licht auf. Die haben also scheinbar einen anderen Zahlenwert als Beleuchtung. Oh gut, jetzt sieht es wenigstens halbwegs gut aus. So, da unten fährt aus irgendeinem Grund nichts. Dann, ja, schick mal was raus. Warum ist ein EP so leise? Äh, Zeiteigenschaften war es nicht. Ja, damit ich das besser erkennen kann. Gut, hier unten hat sich eine 189 von der FBB. Wir sollen auch bald mal ein paar von, mal sehen, eine von TX Logistik möchte ich vielleicht mal später hier noch im Einsatz haben. Oh, von einer anderen Bahngesellschaft. Ich habe jetzt gerade auch noch einen kleinen Schreck bekommen, weil ich habe ja über zwei Wochen lang hier nichts mehr dran gemacht und jetzt fällt mir ein, ja, war doch noch hier mit dem klangvollen Bahnübergang. Ein Stück Straße fehlt hier noch. Beziehungsweise der FBB. 50. 50 Meter. Und jetzt geht es ein Stück zur Seite. 45 auf 2 Meter. Nehmen wir 3 Meter. Damit er hier drin verschwindet. Kann ich auch gleich noch hier die Thumbnails dann für die zwei Folgen jetzt machen. Oh, oh. Da hat es wohl was zurückgesetzt gehabt. Dabei sollten die doch in der Grundstellung immer auf Fahrt sein. Und nicht den Zug hier ausbremsen. So, ich muss jetzt nochmal kurz Nacht machen. Da verstummen die Vögel. Wenn ich dann hier kurz ein Screenshot machen kann. So, EEP-Zeit. So, und da rollt er wieder. Er ist eigentlich relativ kurz. Damit kann er auch gut beschleunigen. Zumal es sind hier 6400 Kilowatt. Die ziehen sowas mal gerne schnell weg. So, jetzt sind wir schon bereits bei Backup Nr. 200. Freue ich mich ja schon drauf. Ich hoffe mal, dass ich das irgendwann hier mit dem Schwertransport hier drauf hinbekomme. Dass es irgendwann mal auch klappt, ohne dass mir EEP wieder abraucht. So. Gut. Bespeichert habe ich. Ah, jetzt noch. Hm. Elf Minuten der Folge beenden. Na gut. Kann ich ja nochmal eine Information in eigener Sache. Noch. Geben. Und zwar betrifft das. Das Bauprojekt. Von der Überleitstelle in EEP 13. Das ist jetzt erstmal nach vier Folgen. Ja, ich habe da eine gewisse Baublockade. Weil ich habe da irgendwas gebaut, was mir nicht gefällt. Aber mir fällt auch keine Lösung dafür ein, wie ich das besser machen kann. Das hat bei mir irgendwie eine Baublockade ausgelöst. Und deswegen ist das Projekt jetzt erstmal pausiert. erstmal heißt für die nächsten paar eventuell Wochen. Ich hoffe mal, dass ich spätestens nächsten Monat oder übernächsten Monat. Allerspätestens. Also allerspätestens im Quartal. Also im vierten Quartal diesen Jahres weitermachen kann. Das heißt also im Anfang Oktober hoffe ich, dass das ist der späteste Monat. Zeitpunkt. Wo ich hoffe, dass ich damit hier weitermachen kann. Und zwar hat das auch noch den Grund, es ist eine Kaufanlage für EEP angekündigt. Vom Andreas Großkopf. Der baut derzeit an der Anlage Bahn 2000 heißt die. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist so in der jetzigen Epoche angesiedelt. Und da habe ich auf ein paar Screenshots, die ich in der entsprechenden EEP-Gruppe auf Facebook gesehen habe, aufgefallen, dass da ein Mittelbahnsteig verbaut wurde. Der hat mir tatsächlich so gefällt, dass ich hoffentlich mir irgendwann diese Anlage zulegen werde. Ich bin ja auch ein bisschen momentan am Geld sparen, weil ich plane ja auch noch nächsten Monat nach Großkorpeta zu fahren. Und dadurch, dass ich hier schon bereits um 6 Uhr hier los machen werde. Um 6 Uhr früh wohlgemerkt. Damit ich wirklich um halb 10 in Großkorpeta bin. Weil ich habe über eine Stunde Umsteigzeit in Leipzig Hauptbahnhof. Und ja, gut. Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Deswegen spare ich gerade ein bisschen so eine Kaufanlage. Ich schätze mal, die würde so 20, 30 Euro schon kosten. Die Fahrt würde mich über 50 Euro kosten. Hast gerade geklingelt? Kann nichts erkennen. Und deswegen ist das Projekt jetzt erstmal zeitweilig pausiert, bis diese Anlage dann rausgekommen ist. Und wenn die rausgekommen ist, werde ich dann auch versuchen da einige Modelle von der Anlage mit auf der Anlage von der Überleitstelle versuchen mit zu verbauen. Also das ist das Schöne bei Kaufanlagen. Die Modelle werden mitgeliefert. So, jetzt habe ich fast 5 Minuten darüber geredet. Eigentlich bin ich kein Mensch, der wirklich gerne so lange ausschweift. Gut. Dann ja. Steuerung, Umschalt, Escape. Kommandieren, Task Manager. Für alle, die Windows 7, 8, 8, 1 und 10 haben. Ansonsten Steuerung Alt entfernen. Ja. Und ich würde sagen, in diesem Sinne war es erstmal von der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge von EEP. Mmm-ymmen. Ich lange ein wenig, bis zur nächsten Folge von EEP.